So, hallo Leute, mein Name ist Fabio und ich freue mich wirklich, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Im heutigen Video geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie ihr es vielleicht schon sehen könnt, bevor ich jetzt mit dem Thema anfange, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass es mein allererster Video ist, was ich hier mit diesem iPad produziere. Ich habe mir dieses iPad natürlich geholt, um einerseits besser YouTube-Videos machen zu können und andererseits natürlich auch, um in der Schule und so weiter ein bisschen besser mitzuschreiben. Und das ist eigentlich eine ganz gute Idee, jetzt hier einfach mal ein bisschen was zu zeigen, wenn man auch die Möglichkeit hat. Und deswegen hoffe ich einfach, dass heute alles mit dem Ton und mit der Videoqualität in Ordnung geht und dass man das vielleicht in Zukunft auch so weiterhin handhaben kann. Hoffen wir einfach mal, dass alles glatt geht. Momentan steht bei der Bitcoin, das kann ich euch jetzt mal sagen, ohne das hinzuschreiben, ich glaube, das können wir uns alle merken, bei etwa 7.300 Dollar ist momentan der aktuelle Stand. Wir sind ganz, ganz leicht im Minus, das ist aber wirklich zu vernachlässigen. Wir sind nicht mal 0,2 Prozent im Minus, deswegen können wir das heute jetzt erstmal weglassen. Also eigentlich geht es dem Bitcoin momentan relativ gut. Es geht jetzt aber um eine ganz andere Geschichte. Es geht nicht darum, ob Bitcoin in der Woche nach unten geht oder wieder nach oben geht. Es geht darum, ob Bitcoin realistisch die 1-Million-Dollar-Marke erreichen kann. Das ist jetzt erstmal eine Überlegung wert. Da kann natürlich jeder seinen eigenen Gedanken machen und jeder sich selber eine Meinung bilden. Ich persönlich denke, dass das möglich ist und warum, zeige ich euch jetzt gleich hier im Beispiel. Es ist aber, wie gesagt, keine Finanzberatung. Das bedeutet nicht, dass wenn ihr hier jetzt einen ganzen Bitcoin kauft, dass ihr dann in ein paar Jahren Millionär seid. Es kann sein, dass es eine Million wert wird. Die Frage ist dann halt auch immer, wie viel ist dann überhaupt noch eine Million wert, wenn Bitcoin auf eine Million ist. Aber wie gesagt, eine ganz andere Geschichte. Jetzt werde ich tatsächlich doch nochmal den Preis hinschreiben. Der Preis ist momentan bei 7.274 Dollar. So, dementsprechend. Warum das wichtig ist, zeige ich euch gleich. Dann gibt es noch Market Cap. Market Cap ist 133 Milliarden. So, dementsprechend 133 Milliarden. Und wir haben einen Supply von 18,3 Millionen. Ich kürze es jetzt einfach mal mit Mio ab. Ihr wisst, was gemeint ist. Wenn man sagt Mios, meinen manche auch 1.000. Aber in diesem Beispiel, wie sagt man es denn am besten? Wie soll ich das denn sonst abkürzen, Millionen? Ihr wisst schon, was ich meine. Mio ist jetzt in dem Beispiel Million. Dementsprechend haben wir jetzt hier drei Werte. Und die müssen wir jetzt irgendwie miteinander verrechnen, sodass wir auf eine Million kommen. Ist ja eigentlich ganz legalistisch. Also, sagen wir es mal so. Wir haben momentan 133 Milliarden Dollar Market Cap. Also, das ist das hier. Dementsprechend. Ich move mal mein Mikrofon ein bisschen zur Seite. Ich hoffe, dass das nicht stört. Weil dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. 133 Milliarden ist an sich ja noch eine relativ kleine Zahl. Um zum Beispiel das zu vergleichen. Apple, also die Firma Apple kennt ihr ja alle. Von der ist zum Beispiel auch dieses iPad, was ich jetzt gerade zum Aufnehmen benutze. ist etwa, ja, sehr, sehr viel wert. Wie kann ich das am besten sagen? Die machen pro Jahr etwa 200 Milliarden Umsatz. Habe ich jedenfalls mal gehört. Ist völlig egal, ob diese Werte jetzt stimmen. Es geht hier nicht um Apple. 200 Milliarden ist aber richtig, richtig viel. 100 Milliarden ist etwa so viel, wie Bill Gates hat oder wie Jeff Bezos hat. Also, es ist eine ganze Menge. Und die reichsten Menschen der Welt, ja, für die ist das natürlich auch eine ganze, ganze Menge. Aber wenn man das im Vergleich sieht, also im Vergleich zu dem, was zum Beispiel der deutsche Staat an Steuern jedes Jahr einnimmt oder wie viel Staatsverschuldung wir oder auch die USA haben, ist 133 Milliarden ein Scheiß. Es ist wirklich ein ganz, ganz winziger Betrag. Und warum? Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, zeige ich euch gleich diese Rechnung, wie gesagt. Also, wir haben jetzt gelernt, 133 Milliarden ist nicht sehr viel. Hier, das Market Cap, diese 133 Milliarden berechnen sich folgendermaßen. Das ist Supply. So, Supply mal Preis. Also, relativ einfach. Supply ist das hier. Das ist Supply. So, entschuldigt mich, falls ich ein bisschen hässlich schreibe. Und das hier ist, wie gesagt, der Preis. Das haben wir ja schon gerade eben ausgemacht. So, jetzt wissen wir alles, was es ist. Hier kann ich mal schreiben, MC für Market Cap. Und jetzt wissen wir, was diese drei Zahlen bedeuten. Eigentlich relativ simpel. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir lassen die Zahl jetzt einfach mal von 100 Milliarden auf eine Billion steigen. Also, eine Billion. Eine Billion ist quasi das Zehnfache von dem, was wir jetzt mittlerweile hier haben. Also, x10. Eigentlich relativ entspannt noch. Wenn wir jetzt sagen, dass der deutsche Staat etwa 500 bis 700 Milliarden an Steuern einnimmt, ist diese Billion dann natürlich schon einerseits eine Hausnummer, wenn man das Ganze so sieht. Weil die Steuerzahler zahlen natürlich sehr, sehr viel Geld. Aber wir müssen ja bedenken, wir sind hier in Deutschland. Das ist nicht die EU. Das ist nicht die Welt. Also, das ist trotzdem immer noch eine relativ kleine Zahl. Und da wäre Bitcoin sogar schon bei 72.000 Dollar dementsprechend. Ganz einfach. Market Cap, weil das Ganze hier ist natürlich, wie sagt man es denn am besten? Es ist, verhält sich proportional genau. Also, wenn ich zum Beispiel hier den Preis verdoppel, dann würde sich natürlich auch Market Cap verdoppeln. Wenn ich Supply verdoppel, würde sich natürlich auch Market Cap verdoppeln. Also, es verhält sich alles im Verhältnis. Das heißt, proportional zueinander dementsprechend. Das bedeutet, wenn ich Market Cap mal 10 rechne, habe ich ja gerade eben schon gezeigt, auf eine Billion hochrechne, dann ist der Preis dementsprechend auch verzehnfacht. 72.000. Das ist schon mal eine Hausnummer auf jeden Fall. Aber da geht tatsächlich noch mehr. Denn wie viel hat Deutschland Schulden? Deutschland hat tatsächlich zum aktuellen Stand 2020 2 Billionen Dollar Schulden. So, 2 Billionen. Das bedeutet, hier habe ich ein N vergessen. Das bedeutet, der Preis von Bitcoin, wenn wir 2 Billionen Dollar Market Cap hätten bei Bitcoin, was nur die Staatsverschuldung von Deutschland ist, dann wäre das schon ein Preis von etwa 150.000 Dollar. Nur das, was Deutschland an Schulden hat. Wenn man jetzt die ganze EU zusammenrechnen würde, dann würde da auch noch ein riesiger Betrag rauskommen. Aber wir machen dieses Spiel jetzt ein kleines bisschen anders. Denn es gibt da noch eine ganz andere Zahl, auf die ich hinaus will. Denn es geht hier um Amerika. Amerika tatsächlich sagen ja immer, oh ja, wir haben den US-Dollar, wir sind super liquide, wir sind ganz, ganz reich und uns geht es richtig, richtig gut. Aber um ehrlich zu sein, ich kann es ja gleich nochmal nachgucken tatsächlich mit euch zusammen. Auf US Debt Clock, ich kann euch den Link gerne unten in die Videobeschreibung packen, zeigt es mir tatsächlich an, dass die USA etwa 20 Billionen Dollar Schulden hat. Dollar. Also 20 Billionen Dollar Schulden. Das bedeutet nicht, sie haben so viel liquides Kapital, sie sind nicht so reich, sondern sie haben Schulden und das ist ganz, ganz, ganz arg wichtig. Das ist zum Beispiel auch eine Verdeutlichung, warum unser schuldenbasiertes System nicht auf lange Zeit funktionieren kann. Also 20 Billionen würde bedeuten, wir verdoppeln, also wir verzehnfachen nochmal diese Zahl hier. Die hier verzehnfachen wir jetzt nochmal. Das war wie gesagt der Betrag von den 2 Billionen, das hier war von der 1 Billion und das war der von 100 Milliarden. Das ist natürlich jetzt alles ganz, ganz, ganz grob gerechnet. Ich habe jetzt hier keinen Taschenrechner rausgeholt, aber das, was ich euch zeige, kann man alles im Kopf rechnen. Und das ist gar kein Problem. 20 Billionen würde also heißen, wir hätten 1,5 Millionen Dollar Bitcoin Preis für 20 Billionen. Wenn also Bitcoin auf das steigt, was nur die USA an Schulden hat, dann haben wir schon über eine Million Dollar als Bitcoin Preis. Es gibt momentan Leute, die sagen, Bitcoin geht entweder oder ist entweder Millionen wert oder Null. Und ich bin der Meinung, Bitcoin wird mal Millionen wert. Einfach aus dem Grund, da das momentan, was wir hier sehen, dieses schuldenbasierte System, nicht auf lange Zeit funktionieren kann. 20 Billionen ist so eine riesige Zahl, die wird man niemals zurückzahlen können. Das ist so enorm viel. So viele Schulden hat kein anderes Land dieser Welt. Die USA ist Vorreiter. Und auch Deutschland ist mit seinen 2 Billionen schon relativ hoch. Es gibt noch andere Länder wie China oder zum Beispiel Japan, die auch noch bis zum Hals verschuldet sind. Ich kann euch gleich mal die Zahlen vorlesen. Ich sehe aber gerade, dass mein Internet gerade nicht funktioniert. Habe ich WLAN? Ja, tatsächlich hätte ich WLAN. Ich könnte jetzt in Brave gehen. Ist aber auch eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, das brauchen wir auch tatsächlich gar nicht. Also wenn man die ganzen Schulden der ganzen Welt zusammenrechnen würde, dann hätten wir vielleicht das Brutto-Produkt. Also Bruttoinlandsprodukt, sagen wir es jetzt einfach so, von der ganzen Welt ist wahrscheinlich auch die Verschuldung. Vielleicht ist die Verschuldung sogar noch ein bisschen höher. Aber das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob die Verschuldung bei den USA genau das Bruttoinlandsprodukt ist. Also quasi der Wert aller Güter, die in diesem Kreislauf existieren, sagen wir es mal so. Das ist mir jetzt leider gerade nicht bekannt. Würde auf US-Debt-Clock stehen. Aber mein Internet war ja gerade weg. Ich kann mal gucken, ob es jetzt mittlerweile wieder da ist. Ich drücke ja auf Reload, aber es passiert tatsächlich nichts. Halb so schlimm. Aber wie man hier sehen kann, eine Million ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn diese Schulden, wenn es Schulden gibt, und es gibt ja bekanntlich Schulden, habe ich euch ja gerade erzählt. Wie kriegt man diese Schulden wieder los? Natürlich könnte man den Leuten ganz, ganz viel Geld abluchsen und dann sagen, oh ja, wir bezahlen die Schulden zurück. Aber was im Endeffekt passiert ist, es kommt einfach noch viel, viel mehr Geld dazu. Warum funktioniert jetzt gerade mein Stift nicht? Wahrscheinlich bin ich irgendwo drauf gekommen. Das hier soll eine Banknote sein. Ich bin extrem schlecht im Zeichnen, muss ich sagen. Das hier ist eine Banknote. Da sind jetzt einfach mal drei Dollar-Zeichen drauf. Also das hier ist eine Banknote. Und was macht dann die FED oder die Zentralbanken generell? Die drucken einfach noch viel mehr Geld. Ja, machen wir einfach noch ein bisschen mehr Geld. Damit können wir ein bisschen die Schulden zurückbezahlen. Wenn wir nicht genug Geld haben, dann machen wir einfach Neues. Ja, alles klar. Das sollen jetzt einfach mal die Scheine sein, die die FED zum Beispiel druckt. FED. Die Federal Reserve Bank. Also quasi die Zentralbank der USA. Die druckt jetzt ganz, ganz viel Geld. Und damit könnte man theoretisch diese Schulden irgendwann mal abbezahlen. Das würde natürlich bedeuten, dass die Preise an sich alle steigen wegen Inflation. Inflation und dementsprechend bedeutet das, dass der Wert von dem Geld dementsprechend immer niedriger wird. So, Wert vom Dollar wird immer niedriger. Das bedeutet, man könnte die Schulden bezahlen, würde aber sein Geld extrem entwerten. Das ist auch der Grund, warum jetzt eben gerade nicht die ganzen Schulden zurückbezahlt werden. Aber sagen wir es mal so, jeder weiß es, das sollte auch jeder tatsächlich wissen. Das gehört zur Grundbildung von finanziellem Wissen dazu, sagen wir es mal so, dass es Inflation gibt und was Deflation bedeutet und so weiter. Wenn es nicht wisst, wie gesagt, ich habe es ja jetzt in diesem Video erklärt, Inflation bedeutet, es kommt mehr Geld hinzu und der Wert der Sachen sinkt dann dementsprechend wieder, weil eben immer mehr Geld im Umlauf ist. Das bedeutet, allein nur weil die FED Geld druckt oder generell Zentralbanken, es geht jetzt hier nicht nur um die USA, genau so kann die EZB Geld drucken, wie sie gerade Bock hat, also die Europäische Zentralbank, kann es sein, wie gesagt, dass das Geld immer immer weniger wert wird und deswegen könnte es allein sein, dass nur wegen der Inflation Bitcoin auf eine Million steigt. Das können wir jetzt alles noch nicht wissen. Deswegen habe ich gesagt, wenn jemand ein Bitcoin besitzt, ein BTC auf eine Million, also hier ein Bitcoin eine Million Dollar wert ist, bedeutet es nicht, also ist ungleich, Millionär. Also man ist nicht ein Millionär, man ist quasi kein Millionär, wenn man einen Bitcoin besitzt und dieser eine Million wert ist. Warum ist man dann eigentlich kein Millionär? Praktisch ist man es wahrscheinlich schon, man könnte sich den Titel geben oder beziehungsweise rein theoretisch ist man dann Millionär, aber wenn irgendwie ein Brot 100.000 Euro kostet, also Brot 100k dementsprechend, dann ist ein Millionär ganz normal. Dann ist ein Millionär ein Angestellter, ein ganz normaler Mensch tatsächlich. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ein Bitcoin, wenn er irgendwann mal die Million erreichen würde, macht euch quasi nicht reich. Es bedeutet nicht, dass ihr reich werdet. Es bedeutet auch nicht, dass das, was wir momentan unter Millionär sein verstehen, ihr dann seid, wenn eben Bitcoin eine Million wert ist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich persönlich sehe es super realistisch, weil eben das schuldenbasierte Geldsystem eigentlich eine ganz, ganz schlechte Sache ist. Ich bin persönlich für Deflation. Ich bin der Meinung, dass Produkte trotzdem noch gekauft werden. Ich brauche zum Beispiel auch Essen. Ich brauche Trinken. Ich möchte Technik. Ich liebe Technik tatsächlich. Ich habe mir auch dieses iPad gekauft, obwohl ich weiß, dass es vielleicht in einem Jahr schon wieder Neues gibt und das ist sogar relativ wahrscheinlich. Vielleicht sogar noch dieses Jahr Neues gibt. Ich habe jetzt extra aufs neue Modell gewartet, weil ich es eben wusste, dass Neues kommt im März. Das war ja klar, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Dann gibt es immer wieder Leaks und so weiter. Dann weiß man ungefähr, wann die Dinger kommen. Aber es ist so, ich habe mir auch eins gekauft, obwohl ich nächstes Jahr das gleiche iPad für billiger kriegen könnte. Ich habe jetzt auch nicht nochmal ein Jahr gewartet und dann nochmal ein Jahr und nochmal ein Jahr. Also ich könnte das immer als Argument nehmen. Es ist halt einfach so, dass die lebenswichtigen Dinge, also die Bedürfnisse müssen immer gedeckt werden von den Menschen. Und die Menschen sind immer bereit dazu, ihr Geld auszugeben, um ihre Bedürfnisse zu decken. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Ich bin der Meinung, dass eben ein Bedürfnis nach, ja, natürlich nach Essen, nach Trinken, nach einem Dach über dem Kopf, nach genug Schlaf und so weiter, diese Grundbedürfnisse sollten auf jeden Fall gedeckt werden. Aber wenn diese gedeckt werden, dann werden die Menschen auch nicht zu über Bill Gates, Schwaben, Kombo, alles was es gibt, die größten Sparfüchse Donald Duck, nee, Dagobert Duck 2.0. Sondern es wird dann einfach so sein, dass die Menschen trotzdem noch ihr ganzes Geld ausgeben. So wird es wahrscheinlich ganz normal sein. Weil viele Leute sind einfach nur sehr dumm oder haben keine finanzielle Bildung. Das Ganze spielt nicht miteinander zusammen. Das bedeutet nicht, wenn ihr keine finanzielle Bildung habt, seid ihr dumm. Das bedeutet aber auch nicht, wenn ihr finanzielle Bildung habt, seid ihr schlau. Sondern das ist unabhängig voneinander tatsächlich. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und weil es eben nicht das Thema ist, was viele Leute interessiert, weil es eben nicht in unseren Schulen gelehrt wird, bin ich der Meinung, dass es eben viele Leute nicht wissen, viele Leute einfach nicht einsehen. Und die Gesellschaft wird wahrscheinlich in der Deflation genauso weiter funktionieren. Nur eben, dass das System nicht so instabil ist. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil wenn der Staat irgendwelche Schulden machen muss, also um irgendwas zu bezahlen oder um irgendwelche Schulden abzubezahlen oder wie auch immer, dann ist das immer sehr, sehr, sehr schlecht. Und deswegen bin ich der Meinung, unser schuldenbasiertes System ist am Ende und wir bräuchten ein neues System. Und es muss nicht Bitcoin sein, aber es sollte ein deflationäres System sein, was gedeckt ist. Vielleicht durch Gold, vielleicht durch ein Fonds aus Gold, Krypto und Silber und Immobilien oder was auch immer. Aber man muss da eben aufpassen und da sollten vielleicht die größten und klügsten Finanzköpfe dieses Landes zusammenspielen und sich da was einfallen lassen. Aber nicht irgendein dahergelaufener Minister, der sich, also das ist jetzt keine Kritik an den aktuellen Minister. Ich weiß nicht mal, wer es ist. Also ist völlig egal. Aber es sollte eben jemand sein, der sich mit diesem Thema auskennt und nicht irgendein dahergelaufener Minister. Es gibt immer wieder Minister, die sind aus dem Bereich und kommen dann in einen ganz anderen. Und ich denke mir immer, warum sind nicht die schlauesten Menschen, die bestgeeignetsten Menschen in den Positionen, die am meisten zu sagen haben, sondern warum sind es irgendwelche Leute, die irgendwie davor hauptberuflich Politiker sind? Also ich finde es irgendwie schwachsinnig. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, dass ich das Ganze hier so auf dem iPad ein bisschen aufgemalt habe. Wenn ja, dann ist es mir ganz, ganz wichtig. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, sonst kann ich das Ganze natürlich nicht sehen. Oder ihr schreibt einen Kommentar, wäre natürlich auch möglich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, ciao und bis bald.